Die Europäische Union will, dass Umweltkriminalität bestraft wird. Die österreichische Bundesregierung schreibt in ihre Regierungsprogramme, dass sie Umweltkriminalität bestrafen will. Seit einigen Jahren haben wir im Strafgesetzbuch tatsächlich einige Bestimmungen, die Umweltkriminalität unter Strafe stellen. Wir wollen uns in der heutigen Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht ein bisschen näher mit genau diesen paar Paragraphen beschäftigen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Strafumweltrecht, Umweltstrafrecht, gerichtliches Umweltrecht, was auch immer es hier für Bezeichnungen gibt, sie drehen sich im Wesentlichen alle um dieselben paar Paragraphen, nämlich die Paragraphen 180 bis 183b im Strafgesetzbuch. Mit diesen Paragraphen werden einige, vorsichtig gesprochen, Dinge unter Strafe gestellt, wie die Beeinträchtigung der Umwelt, die Beeinträchtigung durch Lärm, um das umweltgefährdende Verbringen oder Behandeln von Abfällen, die Gefährdung von Lebensräumen für Tier- oder Pflanzenarten und dergleichen. Das Umweltstrafrecht ist allerdings tückisch. Das Umweltstrafrecht steht nämlich unter zwei Prämissen. Auf der einen Seite, es gilt die Verwaltungsakzessorität, das heißt, wenn alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Vorgaben eingehalten werden, sei es in Gesetzen, sei es in Bescheiden, dann kann zwingend kein Umweltstrafdelikt nach dem Strafgesetzbuch vorliegen. Auf der anderen Seite sind die Tatbestände sehr kompliziert. Für die Beeinträchtigung der Umwelt reicht es beispielsweise nicht aus, dass in irgendeiner Art und Weise die Umwelt beeinträchtigt ist, sondern es muss zum Beispiel eine Gefährdung für Menschen oder Tiere gegeben sein. Oder es muss eine Beeinträchtigung des Bodens oder des Grundwassers gegeben sein, aber nicht irgendeine Beeinträchtigung, sondern eine lang anhaltende oder lang andauernde Beeinträchtigung dieser umweltrechtlich geschützten Güter. Es ist also kompliziert. Was muss man daher tun, wenn man mit dem Vorwurf, man hätte ein Umweltdelikt begangen, konfrontiert ist? Das Allerwichtigste in meinen Augen ist, dass man intern einmal nachschaut, intern einmal ermittelt, was überhaupt passiert ist. Es mag vielleicht eine Schädigung des Bodens vorliegen, aber vielleicht keine lang andauernde. Es mag vielleicht zu einem erhöhten Beseitigungsaufwand gekommen sein, aber beispielsweise kein Beseitigungsaufwand, der 50.000 Euro ist, auch so eine Grenze, die sich im Strafgesetzbuch findet, übersteigt. All das muss ich zuerst einmal wissen. Dann muss ich mir in einem zweiten Schritt die öffentlich-rechtliche Seite anschauen, weil, wie vorher schon erwähnt, ohne dass öffentlich-rechtlich etwas nicht rechtens war, kann es strafrechtlich gar nicht verpönt sein. Das Wichtigste also in meinen Augen sind die internen Ermittlungen. Und die sollten möglichst rasch erfolgen, weil im Strafgesetzbuch ist auch geregelt, dass die Umweltdelikte der tätigen Reue zugänglich sind. Das heißt, wenn ich, bevor eine Behörde Ermittlungsschritte setzt, aus eigenem, quasi freiwillig, einen allenfalls eingetretenen Schaden wiederum beseitige, dann ist es ebenfalls nicht strafbar, weil es beseitigt wird, weil es der tätigen Reue zugänglich ist. Oberste Prämisse daher aufklären und schauen, welche Schritte richtigerweise zu setzen sind.